Konrad Fünfstück wird neuer Trainer beim SV Werder Bremen 2. Dies bestätigte der 38-Jährige am Mittwochvormittag Sport1. Die Gespräche mit Frank Baumann, Geschäftsführer Sport, d. Rett, Thomas Schaaf, technischer Direktor, d. Rett und Björn Schierenweg, sportlicher Leiter, d. Rett haben mich letztlich überzeugt, diesen Weg in Bremen zu beschreiten und andere Möglichkeiten, die sich nach dem Engagement in der Schweiz aufgetan haben, abzusagen, sagte der gebürtige Bayreuther. Das ist eine spannende Aufgabe im Norden Deutschlands bei einem tollen Traditionsverein, fünf Stück in WIL von Sforza beerbt. Zuletzt war fünf Stück Trainer beim österreichischen Zweitligisten FC WIL, den er vom Tabellenende in die Aufstiegsregion führte. Im März 2019 kam es dort aber überraschend zur Trennung. Sein Nachfolger in WIL wurde der frühere Bundesliga-Proficierer Jako Sforza FC Bayern 1. FC Kaiserslautern. Meist gelesene Artikel Fußball, Bundesliga-Rose erklärt Spielidee bei Gladbach-Fußball, Champions-League-Club mit Seitenhieb auf Guardiola-Fußball, Bundesliga-Höneß über die Chancen auf Sané-Fußball, Bundesliga-Filfe. Bertolt nennt Bedingung Fußball, Bundesliga-Elgert. Darum sollte FC B. Sané holen vor seiner Zeit in der Schweiz war fünf Stück Trainer beim 1. FC Kaiserslautern gewesen. Die Roten Teufel hatte er 2016 vor dem Abstieg aus der zweiten Bundesliga bewahrt. Am Ende belegte der FCK Platz 10. Seine Trainerkarriere startete fünf Stück 2001 beim VfB Pösneck. Von 2006 bis 2011 war er in der Jugend von Greuther Fürth tätig. Let's block its way.